meine lieben heute wieder ein ganz ganz tolles produkt vielen dank an dieser stelle an die katharinen apotheke aus unterhaching die ja so tolle pferdeprodukte verkauft mittlerweile im ich glaube relativ größeren stil und zwar heute zu gewinnen gibt es das noch vielleicht am wenigsten bekannte produkt von der katharinen apotheke was auch nicht so einfach geht diese tolle hanfmischung hanf ist ja bekannt als die kompletteste nahrungsquelle der welt also rein theoretisch könnte man sich wahrscheinlich ein leben lang nur von hanf ernähren und hätte wahrscheinlich überhaupt keine mangelzustände also es ist wirklich ganz bekannt es hat viele mineralien viele ganz wichtige eben essentielle aminosäuren also ganz hochwertige eiweißbausteine und eben auch spurenelemente wie zb zink aber auch vitamine ja und hanf begleitet mich schon ziemlich lange in meinem leben als nahrungsergänzung nicht zum rauchen und ich würde immer wieder auch mal so eine kur empfehlen also ich mache das mit meinen pferden auch ich verwende auch den stoffwechsel booster und auch das magnesium von der katharinen apotheke aber der rufino ist tatsächlich der größte hanf fan überhaupt also er liebt dieses produkt heiß und innig das besteht eben aus wirklich apotheken bio qualität und wie du siehst das ist praktisch hanf mehl hanf blätter ich glaube stengelzeug ist auch drin und auch ganze hanfsamen ja und das ist wirklich für mich eins der tollsten pferdezusatz futter also ich verwende das sozusagen als mineral zusatz futter ersatz meine pferde kriegen ja keine künstlichen zusatz futter und heute kannst du gewinnen auf youtube facebook instagram genau so ein tolles einmalchen ein kilo ich kenne kein pferd was dieses diese hanfmischung nicht liebt und es ist extrem gut für den stoffwechsel für den bewegungsapparat für die hufe des pferdes aber auch für das fell auch für das immunsystem des pferdes also alle die so ein bisschen eczema neigung haben habe ich da sehr sehr gute erfahrungen gemacht oder maukeneigung oder auch fühlige hufe alle sachen die so ein bisschen mit dem stoffwechsel zusammenhängen auch sehr sehr gut für die leber ist dieses produkt da habe ich auch wunderbare erfahrungen gemacht und für muskelaufbau und auch für ich sage jetzt mal wenn pferde so ein bisschen müde sind zum beispiel im fellwechsel hilft das sehr gut aber auch wenn pferde so ein bisschen übernervös sind also es bringt sozusagen die pferde in ihre mitte egal ob sie zu hysterisch sind oder eher so ein bisschen energielos und ja das kannst du heute gewinnen du kannst natürlich auch auf www katharinen mit th-apotheke.de bestellen wir haben ja jetzt einen online shop auch speziell für die pferdeprodukte glaube ich und ja es ist wirklich eine ganz ganz tolle sache mach mit auf instagram facebook youtube und kommentiere warum genau du dieses produkt gewinnen solltest ja viel glück und bis morgen deine sandra